Hallo, schön dass du wieder mit dabei bist. Heute würde ich dir gerne mal eins meiner absoluten Lieblingsöle vorstellen und zwar Weihrauch. So sieht das ganze aus und es hat einen unheimlich tollen Effekt. Es wirkt total balancierend, bringt dich wieder in meine Mitte wenn du mal verzweifelt bist oder gestresst. Es ist wunderbar um in die Meditation zu kommen, weil es einen total ausgleichenden, beruhigenden Effekt einfach hat. Deswegen mein Tipp, wenn du noch innerlich aufgewühlt bist und würdest gerne runterkommen, dann nimm dir einfach einen Tropfen Weihrauch. Einfach einen Tropfen auf die linke Hand machen. Dann dreimal rechtsdrehend aktivieren. Schön Handflächen verreiben und ganz tief inhalieren. Schon beim Einatmen spürst du so die Wärme, die Tiefe, das Ausgleichende. Das ist einfach total wohltuend. Ja man sagt auch, dass Weihrauch sehr reinigend ist. Wenn man jetzt energetisch sehr empfindsam ist und sehr schnell auf Energien anderer Menschen reagiert, dann kann man es auch als ganz tollen Schutz benutzen. Indem man es sich einfach so in seiner Aura verstreicht und ja dann ist man nicht so anfällig für negative Energien. Wenn du jetzt zum Beispiel im Flugzeug unterwegs bist und ganz viele Menschen um dich rum sind oder in der Wartehalle auf dem Fest und du spürst ganz stark die Energien anderer und vielleicht auch negative Energien, die du gar nicht so an dich rankommen lassen möchtest, dann kannst du dir einfach Weihrauch in deiner Aura verstreichen und dann schützt es einfach. Was auch noch ein ganz toller Effekt von Weihrauch ist, dass man einfach alles so loslassen kann und abfallen lassen kann und total zur Ruhe kommt. Bei mir ist es so, wenn ich dann abends nach Hause komme und nochmal so über den Tag nachdenke, dann schnappe ich mir einfach Weihrauch und dann mache ich einfach vor dem zu Bett gehen und nehme ich mir auch wieder einen Tropfen Weihrauch und dann verreibe ich das einfach auf meinen Fußsohlen und dann hilft es wirklich total loszulassen. Den ganzen Stress vom Tag einfach loslassen, es hilft dir zur Ruhe zu kommen, balanciert dich, bringt dich in deine Mitte und du nimmst dann einfach nicht den ganzen Stress und die Sorgen mit ins Bett. Du lässt einfach alles los und es hilft dir einfach total runterzufahren und tief und fest und beruhigt zu schlafen. Ja, ich hoffe ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Probier Weihrauch doch einfach mal aus. Das ist wirklich total toll und auch wenn man so ein bisschen eine Abneigung hat, vielleicht von der Kindheit von der Kirche, wo Weihrauch ja immer so verbrannt wurde und mal eingenebelt wurde, das ist wirklich gar kein Vergleich hier mit dem ätherischen Öl. Also ich finde, es riecht einfach so wunderbar und man spürt einfach auch schon diesen balancierenden Effekt und die Tiefe und die Wärme. Deswegen mein Tipp, probier Weihrauch einfach mal aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Musik 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 Musik